zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stimme und heute russland gegen dänemark ja können interessantes spiel werden dänemark habe ich zweimal verloren russland weiß ich jetzt nicht genau verfolge ich nicht so so wir starten direkt in die erste halbzeit es ist dicker tippchen in der hand und auf geht's auf auf ich will hier mal kein 00 am rad habe ich die pest an den fingern so wir haben hier polen wir haben hier die slowakei nochmal die slowakei ich sehe es kommen frankreich und nieder jetzt kommen die niederlande gerade eben dings aufgenommen niederlande ok zweites dicker tippchen in dieser halbzeit so kommt jetzt ne belgien habe ich gerade eben aufgenommen belgien auch wieder null gewesen italien scheining sticker haben wir jetzt kommt nordmazedonien ich glaube es nicht so da haben wir hier die schweiz nochmal nordmazedonien ach komm so erst vorbei also das gibt es ja nicht jetzt kommen die nordmazedonien alles was ich vorhin gebraucht hätte ich hoffe jetzt auf die letzten zwei sticker tütchen wie das geht wieder 00 aus dann laden ist nicht hoch ja da würde ich sagen wir starten in die zweite halbzeit und los geht's so auf 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 kommen ich will jetzt hier ein tor sehen wir haben hier kroatien mit modric und passal was passalic alle jetzt kommen die niederländer ich fasse sind es nicht toll hier ist belgien junning sticker österreich ich brauche kein österreich haben wir deutschland mit kera letzte sticker tütchen alle ich sehe es kommen ich sehe es kommen ein letztes spiel hier und auch wieder 00 es ist doch nicht wahr haben diese so dumm da rein gemacht so frankreich mit power und linge lung lee oder so ungefähr wir kroatien mit lovren haben wir die polen mit jemansky oder ausgesprochen wird alles kommt finnland habe ich auch für ihn gebraucht noch mal finnland okay schon wieder 00 ich weiß nicht was da abgeht sorry sorry aber ich denke mal unentschieden ich denke unentschieden wird das so was habe ich hier alles geöffnet anne die kommen auch noch dazu und die noch was habe ich jetzt alles geöffnet in diesen vier orakels und ja ihr werdet bald mappen update sehen also ich kann ja euch mal kurz zeigen wie es hier bei mir aussieht also in meinem ordner ordner in meinem sticker album hier so ich habe das hardcover hier hört er ja so ich habe noch nicht viel drin so hier vorne nur ein sticker ich mache mal kurz hier das links weg also hier ist nur ein sticker hier vorne hier ist auch noch nichts hier habe ich drei sticker bei den italienern hier bei denen auch noch nicht so viel so hier habe ich zwei hier habe ich zwei jetzt auch noch nicht viel passiert hier haben wir jetzt nur noch hier zwischen italien und schweiz gegen die türkei so hier habe ich einen ja ich zeige euch jetzt nicht alles weil das ist dauert ein bisschen so aber da fehlt noch einiges also wird es ein update geben mit diesen stickern hier vielleicht auch noch mehr ich weiß es noch nicht oder ich klebe die hier schon ein und dann mache ich was neues auf und gucken ob was fehlt ob wir es finden dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal dann würde ich sagen